Wir müssen reden. Wie kommt es, dass plötzlich alle über die Wasservergiftung reden? Die Wasservergiftung nennt man auch hypotone Hyperhydratation. Ich glaube, dass am Anfang wahrscheinlich es wirklich um eine Wasservergiftung, die tatsächlich selten aber vorkommen kann, und das wurde immer weitergetragen. Und wie die stille Post hieß es am Ende, man darf gar kein Wasser mehr geben. Aber was stimmt denn jetzt? Ich sag's euch. Erstmal ein paar Fakten. Der Mensch besteht ungefähr aus 70% Wasser. Bevor wir tiefer in die Materie eintauchen, müssen wir erstmal was verstehen, nämlich die Osmose. Osmose was? Schaut euch folgendes Video an und die Fragen beantworte ich danach. Stellt euch vor, dass es ein Blutgefäß einer Ader in der Blut fließt. Auch wenn Blut sehr flüssig erscheint, sind die Hälfte der Bestandteile fest. Proteine, Mineralien, Vitamine, alles ist im Blut gelöst. Daneben seht ihr jetzt Zellen, zum Beispiel Zellen aus dem Gehirn. Zwischen den Blutgefäßen und den Zellen gibt es bestimmte Membranen, die nur bestimmte Stoffe durchlassen. Wenn kleine Säuglinge vor allem vor der Beikosteinführung von den oben aufgeführten Flüssigkeiten in großen Mengen trinken, seht ihr, was passieren kann. Diese Getränke sind sehr dünn und haben kaum Bestandteile. Sie können dazu führen, dass die Stoffe, die im Blutgefäß sind, verdünnt werden. Hier seht ihr das an der hellen Farbe im Vergleich zu der Farbe in den Zellen. Deutlich weniger Salze, vor allem Natrium, Proteine und andere Sachen. Wasser hat aber immer den Drang, dorthin zu fließen, wo die höhere Konzentration ist. Und deswegen fließt das Wasser aus den Blutgefäßen in die Zellen rein. Und das ist das Problem an der Wasservergiftung. Das Blut wird verdünnt in den Gefäßen und führt dazu durch die semipermeable Membran, dass das Wasser in die Zellen rein diffundiert und dort zu einem Anschwellen der Zellen führt. Seht ihr den Vorher-Nachher-Effekt? Mehr Blut in den Blutgefäßen ist nicht schlimm, aber in den Gehirnzellen kann das zu einem Ödem führen und zum Krampf. Jetzt wissen wir, was passieren kann, wenn man zu viele Flüssigkeiten trinkt, die fast nichts enthält. Und jetzt kommen die aktuellen Empfehlungen. Erstens, die Datenlage für Fenchel-Tee ist miserabel. Ob es wirklich bei Bauchweh hilft, ist nicht bewiesen. Zweitens, laut WHO und Deutsche Gesellschaft für die Kinder- und Jugendmedizin sollte in den ersten sechs Monaten Prämilch, Einsammilch oder die Muttermilch das Einzige sein, was das Kind trinkt. Aber es ist so heiß und das Kind hat bestimmt Durst. Dann wird es einfach häufiger gestillt oder bekommt häufiger die Formularnahrung. Aber meine Schwiegermutter hat gesagt, es muss unbedingt Wasser trinken, weil es so heiß ist. Es macht einfach keinen Sinn. Warum? Was wird beim Kinderarzt immer gemacht? Das Gewicht. Gerade am Anfang ist es so wichtig, dass die Kinder gedeihen, dass sie zunehmen, dass man weiß, dass die Proteine, dass die Kalorien, alles was da reinkommt, reicht, damit das Kind gedeiht. Und jetzt stell dir vor, dein Magen ist die ganze Zeit voll mit Wasser. Nehme ich dann zu? Nein. Und deswegen ist es so wichtig, gerade bevor die Beikost anfängt, dass man nur bei der Milch bleibt. Egal ob Muttermilch oder die Pränahrung, erste Nahrung. Es ist wichtig, dass die Kinder Proteine, Kalorien, viele Sachen bekommen, damit die Kinder gedeihen. Schwitzen, Temperatur halten, das kostet viel Energie. Wenn ich nur Wasser gebe, kann es, es kann dazu kommen, dass das Kind nicht gut wächst und das kann große Probleme machen. Aber Milch ist doch Essen. Richtig gutes Essen. Muttermilch besteht aus über 80% Wasser. Und wer Formularnahrung anmischt, der weiß ja, er hat auch Wasser benutzt. Das heißt, Essen und Trinken in einem. Mega. Fakt 3. Ab dem Moment, wo Beikost eingeführt wird, kann man schluckweise Wasser einführen. Am besten in einem kleinen Schnapsgläschen, damit die Kinder auch das Trinken schon mal lernen. Ich habe das Wort kann benutzt. Man kann auch ganz normal die Muttermilch oder die Formularnahrung ganz normal weitergeben. Macht man ja sowieso, aber auch zum Essen. Und was ist jetzt, wenn ich doch Wasser gegeben habe und der war irgendwie nur ein paar Wochen alt? Man muss schon wirklich eine große Menge trinken, damit es zu diesen Effekten, wie ich in dem Video vorher gezeigt habe, kommen kann mit der Verdünnung und mit dem Hirnödem. Aber man kann sich merken, je kleiner der Säugling ist, zum Beispiel auch Neugeborenes, desto weniger darf man geben. Aber wir haben ja gelernt, unter 6 Monaten braucht es das gar nicht. Das heißt, wir haben gar kein Risiko, wenn wir Milch oder Pränahrung oder Einsernahrung geben. Bei Wasser besteht das Risiko, auch wenn es sehr, sehr gering ist. Was nie erfolgen sollte, ist, dass man die Prämilch streckt oder dass man ganze Mahlzeiten zwischendrin ausfallen lässt, also Mahlzeiten, Milchmahlzeiten ausfallen lässt, bei kleinen Säuglingen zum Beispiel unter 6 Monaten ausfallen lässt, damit man dann Tee oder Wasser gibt. Das sollte nicht erfolgen. Schlückchenweise, da passiert nichts. Aber wenn ihr gar kein Risiko eingehen wollt und weil es auch wirklich überhaupt nicht notwendig ist, unter 6 Monaten oder vor der Beikost, hört einfach damit auf. Und deswegen ist es auch total egal, ob ich jetzt ein paar Tropfen Wasser zum Auflösen der Vitamin-D-Tablette benutze. Aber wenn es doch nicht so gefährlich ist, warum reden trotzdem alle davon? Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr seid informiert. Ihr kennt euch aus. Ihr holt euch richtige Informationen. Aber es gibt andere Menschen, die mit bestimmten Informationen, wenn sie nicht sehr genau sind, falsch umgehen, weil sie es nicht besser wissen. Ich werde euch jetzt 2 Beispiele zeigen, die ich erfahren habe in der Klinik und mitbekommen habe, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wann wird das gefährlich. Eine Mutter, die bei der U3, das heißt mit 4 bis 6 Wochen beim Kinderarzt war, hatte dort vom Kinderarzt gesagt bekommen, das Kind sei zu dick. Und deswegen solle sie bitte die Prämilch verdünnen. Das heißt, sie sollte auf die gleiche Menge Wasser die Hälfte der Löffel reintun, damit das Kind nicht so fett wird. Das waren die Worte dieses Kinderarztes. Diese Mutter hatte so Angst, dass ihr Kind dick wird, dass sie dem Rat des Kinderarztes folgte und sie gab es nicht einmal, nicht zweimal, sondern sie gab es weitere 6 Wochen. Nach 6 Wochen war das Kind abgemagert, die Mutter hatte keine Hebamme, deswegen wusste sie nicht, ob das Kind gut zunimmt oder nicht. Das Kind hatte kaum zugenommen, hatte sogar ein bisschen abgenommen und das Kind hatte schwerste Mineralienverschiebung im Blut. Das kam natürlich nicht nur, weil es einmal das getrunken hat, sondern weil es über längere Zeit das so aufgenommen hatte. Die verdünnte Milch, die durch die Osmose, wie wir in dem Video gelernt haben, das Blut verdünnt und irgendwann kam es zum Kippen und das Kind hatte Krampfanfälle und wurde dann eingewiesen. Also ihr seht, es hat schon etwas länger gedauert, bis das passiert ist. Aber weil so eine Information, ja, ja, sie können ruhig ein bisschen dünner die Milch geben, auf eine Mutter traf, die das nicht richtig einschätzen konnte, passierte sowas. Zweites Beispiel. Bei dem folgenden Beispiel war es so, dass auch ein Neugeborenes, der war zwei Wochen alt, wurde von der Hebamme und vom Kinderarzt empfohlen, weil das Kind ja so starke Bauchschmerzen hat und immer geschrien hat, dass man zwischendurch auf jeden Fall immer Tee geben sollte. Schlückchenweise ab und zu hätte das wahrscheinlich überhaupt gar keine Konsequenz. Wobei wir wissen, es muss gar nicht sein. Also, und es hilft auch überhaupt nicht gegen Bauchweh. Also hört damit auf. Aber diese Mutter, das Kind hat sehr viel geschrien, weil es hatte wahrscheinlich nicht nur Bauchweh, sondern auch ein bisschen mit der Regulation gestört. Und deswegen hat dieses Kind viel geschrien. Viel geschrien, also hatte die Mutter im Hinterkopf und der Papa, die noch neu waren, Neupapa und Neumama waren, hatten im Hinterkopf, okay, dann sollen wir ja Tee geben, das hilft. Und das Kind hat sich auch immer ein bisschen damit beruhigt. Das heißt, dieses Kind hat fast 600, ich glaube 700 Milliliter am Tag zusätzlich freie Flüssigkeit, also Tee bekommen und dadurch auch natürlich weniger Milch, weil das Kind immer wieder satt war durch diesen Tee. Ende vom Lied war ein Krampf und das Kind auf Intensivstation. Ihr seht auch hier, es braucht wirklich große Mengen und nicht nur einmal, sondern dieses Kind hat das auch über mehrere Tage bekommen, damit die Elektrolyte sich verschieben. Aber hätte diese Mutter gewusst, dass es mit dem Tee unter sechs Monaten gar keinen Sinn macht, dann wäre es gar nicht dazu gekommen. Auch hier wieder eine Empfehlung, wo man sagt, naja, schlückchenweise, aber der Arzt und die Hebamme sind dann nicht die ganze Zeit zu Hause. Und was denn die Eltern zu Hause machen, da müssen wir als Ärzte auch dran denken, dass das falsch verstanden werden kann. Und das ist das Problem. Schön und gut, aber was ist denn jetzt mit den älteren Kindern? Acht Monate, neun Monate, ein Jahr? Da muss man schon sagen, da braucht man sehr große Mengen, damit überhaupt was Schlimmes passiert. Aber auch hier gilt, Muttermilch oder Formulernahrung basiert auf Wasser. Auch hier könnt ihr einfach die Milch weitergeben. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin empfiehlt ab der dritten vollwertigen Mahlzeit. Das heißt, wenn die Kinder dreimal am Tag vollwertig essen, und das muss man ganz ehrlich sagen, ist eigentlich sehr, sehr spät erst, wenn sie wirklich drei vollwertige oder am Tisch schon mitessen, dann empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin maximal 200 Milliliter Wasser oder ungesüßten Tee. Auch hier gilt, Milch oder also Muttermilch oder Formulamilch geht immer. Und Wasser und ungesüßter Tee sollten nie dazu dienen, eine Mahlzeit zu ersetzen oder zum Beispiel die Nachtmilch dann zu verdünnen. Das sollte nicht erfolgen. Es sollte zur Beikost beim Essen gegeben werden. Und was ist, wenn mein Kind jetzt aber mehr trinkt? Wenn es gesund ist, wird es das wahrscheinlich einfach auspinkeln. Es gibt Ausnahmen, wann man mehr trinken sollte. Wann? Wenn ein Kind fiebert oder Durchfälle hat, Erbrechen zum Beispiel, dann hat das einen erhöhten Bedarf an Flüssigkeit. Aber auch hier gilt, eigentlich sollte es die Muttermilch oder die Formularnahrung die bessere Nahrung, weil dort sind Mineralien, Proteine und solche Sachen drinne. Aber es sollte nicht freies Wasser oder ungesüßter Tee geben, weil das kann diesen Effekt der Osmose verstärken. Dort sollte dann immer eine Elektrolytlösung mit reingemacht werden. Aber das muss immer ärztlich abgeklärt werden. Und deswegen bei kranken Säuglingen unter einem Jahr geht man zum Arzt, wenn sie fiebern, damit man sowas genau sich anschauen kann und auch mit dem Kinderarzt dann besprechen kann. Fassen wir zusammen. Die Empfehlungen beziehen sich immer auf gesunde Säuglinge oder Neugeborene. Unter sechs Monaten wird es gar nicht empfohlen, Wasser oder ungesüßten Tee zu geben. Nur Milch, Muttermilch oder Formularnahrung. Ab Beikoststart darf man schluckweise Wasser geben, damit das Kind sich daran gewöhnt, Wasser zu trinken. Am besten direkt aus einem Gläschen zum Beispiel. Bei drei vollwertigen Mahlzeiten am Tag kann man maximal 200 Milliliter zum Essen dazu geben an Wasser oder ungesüßten Tee. Den Begriff Wasservergiftung sollten wir nicht mehr benutzen, weil Gift hört sich immer schlimm an und dadurch wird impliziert, dass Wasser schlecht wäre. Es ist nicht schlecht, aber es ist wie ein Medikament. Es sollte dosiert richtig eingesetzt werden zur richtigen Zeit. Ich höre immer wieder, wie viel Milliliter darf ich denn jetzt geben oder wie viel Milliliter dann und dann mit dem Alter und sonst was. Das ist sehr individuell. Und wie ich gesagt habe, je kleiner, desto weniger, desto je kleiner, desto unsinniger. Deswegen gar nicht geben. Und es ist sehr individuell. Und deswegen sollten wir das Risiko einfach so gering wie möglich halten und einfach sich an die Leitlinien, an die Empfehlungen halten, weil das macht Sinn. Wenn jetzt noch einer fragt, ob mein sechs Wochen altes Kind Tee braucht, weil es so heiß ist, der muss sich das Video nochmal angucken. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Lasst dieses Video viral gehen, damit alle Bescheid wissen und nicht so große Angst vor Wasser haben, wie aber das ein Respekt vor Wasser haben und das Risiko minimieren und ganz viel Spaß haben daran, dass unsere Kinder wachsen und gedeihen.